Hermann Lause war ein deutscher Schauspieler. Leben Hermann Lause war der Sohn eines Vermessungstechnikers. 1960 machte er Abitur am Gymnasium in Meppen. Er studierte bis 1965 Archäologie, Philosophie und Kunstgeschichte in Mainz, Köln, Heidelberg und München. Von 1963 bis 1965 nahm Lause in München Schauspielunterricht bei Ellen Malke. Anschließend arbeitete er am Berliner Schiller-Theater, wo er am 13. Dezember 1965 debütierte. 1968 bis 1971 war er in Essen engagiert, 1971 72. am Theater Oberhausen und ab September 1972 am Schauspielhaus Bochum. 1977 bis 1979 und wieder 1982 bis 1990 wirkte er am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Zwischendurch spielte Lause 1979 bis 1982 an den städtischen Bühnen in Köln, 1980 sowie 1984 an der Volksbühne in Berlin und 1988 bis 1990 in Düsseldorf. Lause agierte als Neben- und Hauptdarsteller in verschiedenen Kino- und Fernsehfilmen, zum Beispiel in Stonk. Und der Zimmerspringbrunnen. Er war in Fassbinders, Berlin-Alexanderplatz, ebenso zu sehen wie in Campus und Gegen die Wand. Außerdem hatte er Gastaufträge.